Was letzte Verrückte dich in deinem Land schweigen? Als die Stadt sich träumte, konnte sie fliegen und sie flog über sich selbst, über ihr am Boden gebliebenes Ebenbild hinweg. Wie groß ist der Aberglaube in Hakef, weil ich fand die Geschichte mit dem Tupaculose-Krankenhaus sehr schön. Und wieder die Gäste, die die Köln, die die Köln und die Köln. Ehe бросiert in die Gesichter die Hände. Untertitelung des ZDF für funk, 2017